Hallo und herzlich willkommen wieder beim Let's Play Portal. Ja, es hat sehr lange gedauert. Warum wohl? Hab mich vielleicht in Tezo verlaufen. Wir sind jetzt in Test Chamber 16. Das ganze hatte ich eigentlich schon mal aufgenommen. Ist leider der Part eben weggegangen. Machen wir jetzt aber nochmal. Ist kein Problem. Ich hab irgendwie mit der Performance gerade wegen Probleme, wenn ihr es seht. Wenn ich mich drehe, ein wenig. Aber es soll uns nicht aufhalten. Bei der Test Chamber, schon wie beim letzten Mal erwähnt, kommen jetzt Schusstest, also Vorrichtungen und ja, das sind diese hier. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Das sind die Dinger. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Seht ihr das? Da hinten ist das so ein Schießdingens. Wenn ja. So, wie können wir da am besten vorbei? Ganz einfach. Wir machen uns unseren eigenen Weg. Oh, der ist blau, dann machen wir auch arsch. Aktiviert. Suche. Gutnacht. Spielmodus aktiviert. Zack. Hehehe. Noch jemand da? Schupp. Schupp. Sind die nicht süß? Oh. Warum es zu dunkel ist? Na, es ist mitten in der Nacht. Ähm, falls ihr euch das jetzt gefragt habt. Ja, wir müssen jetzt schauen, dass wir hier weiterkommen. Aber wir müssen die auf jeden Fall ausmerzen. Merzen. Sonst... Schießen sie uns alle zu Brei. Tiefschlaf? Nicht. Nicht. Sie sind verloren. Wieso? Hallo. Wir könnten jetzt... Na, ich zeig euch erstmal das coolere an der Sache. Ähm, hier ist eine Testchamber. Also wir sind in einer ganz normalen Testchamber. Und hier wurde die Tür aufgemacht. Also die Wand hier irgendwie, keine Ahnung, das soll eine Tür oder... Ich weiß nicht, vielleicht sind das... Vielleicht kann man damit die Räume hier so abgrenzen quasi. Wir können auf jeden Fall hier den Block weg tun. So. Help! Und hier ist eine Hand. Was da wohl drin ist. Hier. Und das ist das, worauf eigentlich... Woher der Spruch basiert. Der Cake ist allein. Und die Musik dramatisch. Runtermalt alles. Das war jetzt irgendwie Yoda-like. Der Cake ist allein. 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 Und hier sehen wir... A trusted friend in science. Das ist Werbung. Und hier... Hello, can I help you? Ja, das ist das, was die sagen. Und hier der Trick mit dem... Auf... Ein Block auf ihn draufschmeißen. Es geht am besten. Ähm... Ja... Kuchen tasty und so. Und hier weitere Tage schätze ich. Ähm... Wo er hier... War... Der der da war. Hier steht ihm öfter noch. Help drauf. Überall. Hier liegt ein... Oh ne Pfanne! Oh komm, lass uns die Pfanne mitnehmen. So, warte. Warte. Steht da noch einer. Da steht noch einer. Hm. Können wir den erschießen? So wie der... Ja, können wir. Pfanne, du wartest. Ah. Weißt du, das hat schon mal funktioniert. Und wenn wir jetzt den hier nehmen... Nein! Die Dinger sind halt auch saugefährlich. Ich wollte jetzt geradeaus weiterlaufen, aber... Wo, 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 wo. Pfanne... Okay, okay. Und rein da. Und da runter. Okay, machen wir das mit der Pfanne. Als erstes schalten wir den einen aus und dann nutzen wir die magische Pfeile. So. Ah! Der liegt leicht schräg. Immer noch schräg. Au. Au. Warte mal. Ich kann auch nichts schießen bei dir. Doch, doch. Och, ich kann auch nicht schießen. Jetzt hab ich die. Super. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich verkünschtle mich bei denen immer. Okay, 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 okay. Wir gehen es jetzt ganz, ganz langsam an. Oh. Also, erster. Der ist hier. Ich mache es am besten hier, das ist ungefähr, wir hier. Dann nehmen wir uns hier so. Companion. Geht mal hier hin. Ziehen. Und da. Oh. Ich verzeihe dir. Gute Nacht. So. Und jetzt machen wir uns hier nochmal. Au. Ah. Das tut weh. Jetzt machen wir mal den hier. Getroffen. Weile. So. Den Companion könnten wir noch brauchen. Äh, den Tube einfach noch. Und die Pfanne. Schaut, da hat er geschlafen. Lass uns mal da durchgehen. Das ist confusing. Okay. Sollte ja noch gehen. Einfach wieder drüberschießen und dann brauchen wir mal Pfannenpower. Aua. Oh, ich habe, ich habe eine bessere Idee. Hör mal auf. Weg. Nein. Jetzt kommt die Pfanne zum Einsatz. Aktiviert. Ah. Und. Schups. Okay. Hier sollten auch noch ganz viele. Yeah. Radio. 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 Scheiß auf die Pfanne. Radio. Also. Hier sind noch eins, zwei, drei. Und die Kamera. Machen wir das so auf dem gleichen Weg. Aber die haben keine toten Zonen, oder? Haben die... Au. Da ist schon mal ein Pfeil. Da ist schon mal ein Pfeil. Ich bin's. Ja. Tschüss. So. Nein, den nehmen wir nicht. Haha. Okay. Den kriegen wir auch. Den kriegen wir auch. Oh nein, wir haben die Tasse kaputt gemacht. Au. Ah. 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 Nein. 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 Okay. Radio sei mit uns. Hey, die Pfanne ist auch da. So. Also. Scheiß auf die Tasse. So. Au. Kutina. Kutina. Okay. Dann. Den. Den hier. Der sollte leicht sein, solange wir uns nicht von dem erwischen lassen. Und dann. Da. So. Der klappt. Companion. Nein. Einfach nur den Cube. So. Zack. Jetzt muss man aber trotzdem hier schnell vorbei. Und. Zack. Muss eh da rüber. Kann man auch. Das ist. Hallo. Hat's geklappt? Ja. Cool. Gut. Also. Wir könnten jetzt. Mit so einem Ding auf den Tour rennen. So einem Bleistift. Oder wir machen es wie Pussis. Puh. Ah. Warum. Ah. Sorry. Jetzt versuch mich mal zu kriegen. Ha. Kannst du nicht. Bam. Und jetzt. Bist du sowas von. Gefickt. Nope. So. Radpfanne. Wir gehen. Was? Nein. Ich lasse ihn hier allein. Ich nenne die auch noch mit. So. Pfanne. Das ist ja sogar ein. Was in der Pfanne? Sind das Bohnen? Hey. Die Pfanne ist nicht schwer genug. Also. Ähm. Wenn ich jetzt. Das Tor aufmache. Ist dahinter gleich nochmal einer. Deswegen muss ich aufpassen. Ähm. Vielleicht lassen wir hier wieder. Das ist die Idee. Wir machen uns wieder einfach so eine Mauer. Fertig. Auf die Idee bin ich so noch gar nicht gekommen. Meine eigene kleine Mauer. Das ist wie im Östen damals. Sind wir uns sicher. So, ist noch einer. Dann haben wir das auch schön. So. Und dann sieht uns keiner mehr. Wunderschön, hä? Wunderschön. Jetzt nehmen wir es mal nochmal so ein. Und schwupp. Ha! 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 Nailed it! Jetzt muss ich es nur noch schaffen. Ups! Hallo! Guck mal! Guck mal! Du stachst jetzt in die Ecke hier. Du bleibst so stehen. So bleibst du stehen. Genau so. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Okay. Nein. Äh. Warte mal. So wäre ich glaube ich schlauer. Hallo! Guck mal. Nee, 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 nee. Hey. Guck mal. Ein Emo-Botter steht in der Ecke. Ziel verloren. Oh. Gut Nacht. Nacht. Und da sind wir auch schon beim Intel. Sehr gut, Android. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Gut Nacht. Gut Nacht. Gut. 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 Gut.